Hi, ich bin Daniel für Übergizmo und wir schauen uns das brandneue Nokia 8 an, das Nokia vor einigen Wochen vorgestellt hat. Das ist das erste Android-Smartphone von Nokia, das über eine Zeiss-Kamera verfügt und das Beste ist, es sind auch noch gleichzeitig zwei Kameras und nicht nur eine. Das Telefon fühlt sich in der Hand wirklich sehr, sehr hochwertig an. Das liegt hier an diesem Aluminium-Gehäuse, innen drin ist der Rahmen des Geräts, das das Motherboard und die einzelnen Teile trägt, aus Magnesium. Insgesamt fühlt es sich auch wirklich extrem hochwertig in der Hand an. Wir haben hier ein 5,3 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln und damit ist es wirklich extrem scharf und lässt sich auch sehr gut ablesen. Blickwinkel sind toll und auch die Helligkeit fällt mit 700 Candela pro Quadratmeter extrem hoch aus. Das Star des Telefons ist aber ganz, ganz klar die Kamera. Wenn wir uns die mal anschauen, dann sehen wir, wir haben hier ein relativ einfaches, aufgeräumtes Menü und dieser Button hier, das ist eigentlich das Spannende. Wir haben die Möglichkeit mit dem 13 Megapixel Farbsensor aufzunehmen. Wir haben die Möglichkeit auch mit dem 13 Megapixel Monochrom, also Schwarz-Weiß-Sensorfotos aufzunehmen und auch Videos. Und wir haben auch die Möglichkeit, das Ganze zu kombinieren und somit noch stärkere Kontraste und einfach ein bisschen mehr Details einzufangen. Das ist ähnlich wie bei Huawei beispielsweise beim Huawei P10, aber hier haben wir eben die Möglichkeit, noch nur den Color-Sensor sozusagen zu aktivieren. Und auf den ersten Blick sehen die Fotos auch recht ordentlich aus. Der Fokus arbeitet wirklich relativ schnell und zuverlässig und gefällt mir soweit insgesamt ganz gut. Hier können wir noch ein paar Modi auswählen, unter anderem einen Panorama-Modus. Und was ich euch auf jeden Fall noch zeigen möchte, das ist die Bofi-Funktion. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, sowohl ein Bild mit der Front als auch mit der rückwärtigen Kamera und zwar gleichzeitig zu schießen. Das bedeutet, naja, ihr habt sozusagen das Geschehen um euch herum, das ihr einfangen könnt und eure Reaktionen da drauf. Das Schöne ist, wir können damit auch Videos schießen und damit sogar auch live gehen, sowohl auf YouTube als auch auf Facebook. Also auf jeden Fall ein interessantes Gerät für Content-Producer, die halt, ja, ihre Welt um sich herum und ihre eigenen Reaktionen darauf einfangen wollen. Von der Hardware her eigentlich top. Wir haben den Qualcomm Snapdragon 835 hier, 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB internen Speicher und dieser lässt sich auch noch mit MicroSD-Speicherkarten erweitern. Wir haben einen Fingerabdrucksensor hier unten, der auch recht flott funktioniert. Wir haben eine Single- und auch Dual-SIM-Version, WLAN-Standards, also sowohl auf 2,4 als auch auf 5 GHz und damit auch WLAN-AC. All das, was man in einem Flaggschiff-Smartphone eben erwartet. Preislich liegt das Gerät bei 599 Euro und kommt demnächst auf den deutschen Markt. Gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Das ist das Nokia 8 hier auf der IFA 2017. Abonniert am besten den Kanal, gebt uns einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin Daniel von Übergizmo. Vielen Dank fürs Zusehen.